der ep verfolgt mich weil wir dieses level hier machen wollten damit hallo und herzlich willkommen zurück zu zackboy big adventure meine stimme klingt immer noch ganz jung das könnte an den vielen tollen obstsorten seien die ich gegessen habe die haben mich verjüngt und ich bin ja das was du im kopf bist bin ich jetzt so stört oder was du bist gestört da bin ich der böse drache ich bin gris so ich war gerade sagen ich bin krunk ich habe so lange gespielt mit herz blut und ich weiß nicht mehr wie er heißt ich weiß nur noch der kleine ist ja nee der hieß doch der hieß der kleine ich anne böse das ist glatschig glatschig glitschig glatschig glitschig wer bist du denn? ich fahr weg hier nein nein wieso springt er nicht? sie wird gegrillt nein nimm das mit wieso geht er da nicht ran? fahr wieder zurück die ganzen guten sachen hast du nicht mitgenommen warte warte stopp bevor du die raus machst dann gehen wir nach unten oder? nein denn jetzt ja schnapp ihn dir ja ich habe ja sogar mit mir zusammengearbeitet ja ich war auch total entschuldigung ich wollte eigentlich die schraube treffen eine kugel habe ich war auch total entsetzt gerade nein wir müssen dahin hol sie dir hol sie dir ist nicht schlimm ich bin hier da hinten ist noch einer warum gehst du jetzt da rein? weil wir weiter müssen du gehst immer für zig schüttler durch nein doch nein doch nein doch nein nicht runterspringen ja ich bin jetzt tot ja auch ich habe gewartet dass du sagst dass du bereit bist zum drauf springen und du warst schon weg wir können noch mal da bist du gar nicht tot gewesen du warst doch geflogen gerade ja ja aber ich wäre dann tot ja aber kann ja nicht sein dann würdest du ja nicht wieder kommen doch ich komme immer wieder ich habe gerade in die lücke gesprungen nein nein ach so das war ich gar nicht oh sag das doch nein ich will lieber meinen eigenen schlitten haben geh da rechts nein was war das? du bist in die lücke gesprungen nee ich war da noch oben ich war doch gar nicht unten runter ja ich nehme jetzt meinen eigenen schlitten nein oh warum warum mache ich das immer? weil du doof bist und warum hä? was war das? warum du doof bist kann ich dir nicht sagen nee wie komme ich da nein nein ich werde auf die andere seite gemusst das ist was war das? da ist was da neues kostüm hing da dran mach erstmal oben auf sonst bist du auch tot dann sagst du das einfach nochmal machen hallo oben hallo ich schlag den und ich gehe hier kaputt oder was? mich hier ich will die kiste ich will die kiste ich habe sie jetzt mehrfach kaputt gehauen aber aua du diebstählerin geh weg wieso? ich habe die kaputt gehauen ich verdiene auch das was da drin ist nein verdient sie nicht aua ich war doch gar nicht da da halte ich da fest halte ich fest wie halte ich daran fest ja an die gelben dingen das ist ein schwamm man ja du sollst dich einfach daran festhalten du sollst nicht denken du sollst einfach tun was ich sage warum warum auch nicht damit du lebst danke mache ich doch gerne für dich ist doch so warum hast du das kostüm nicht bekommen das habe ich jetzt nicht bekommen warum nicht ich habe die beiden ja weil du in der mitte nicht bist du bist nicht in der mitte du bist irgendwie ich hasse laserbarrieren da oben ist wieder dran da oben ja aber ich wollte es doch noch mitnehmen was bist du wieder meckern warte mal eben was hier was ich habe endlich die hosen an ja war hier vorne war doch noch warte doch mal zurück war ja hier nicht ja wir müssen doch da hoch ja aber da oben ja ich geh schon mal guck mal mit sprühdosen ach du ah wieso hast du jetzt farbe an dir auch nicht noch ein laser müssen wir den füttern ja wir müssen wir füttern ja natürlich nimmt er das nicht wieso nimmt er das nicht ja jetzt nimmt er das oder was willst du mich wo bist du ich bin tot ja aber das ist doch egal nein ich komme nicht wieder in dem bodos da bekommt man nicht wieder was ist das was hatten wir aber sonst noch nicht aber das war jetzt alles oder ne ne das kann nicht sein ach so ich muss hier oben in der mitte wenn du wieder kommst ja aber musst du da unten nochmal was machen ja aber hier ist ja jetzt alles weg ich denke mal das war weil es gab ja so ein dingel ding ja aber du kriegst doch nen dings dafür ja ich habe drei goldene dinger bekommen nein aber du musst auch ne kugel kriegen hier ja und der geht doch mit sicherheit kaputt dann denke ich aber ich will jetzt nicht direkt wieder sagen der will immer noch welche der sagt doch noch immer der träumt immer noch von welchem oh ja dich sollst du nicht anbieten ja fantastisch gymnastisch habe ich gerade bekommen ja das ist doch das was dir warte mal aua ja da kommt man aber nicht hoch das versuche ich ja schon die ganze Zeit oh nein nicht raus soll man nochmal raus und reingehen vielleicht dass es hier wirklich Fehler hat ich weiß nicht wow ja aber das ding ist weg der ist nicht resettet hm aber es war kampf glaube ich ja oder musst du innerhalb von einer gewissen Zeit alle dinger da also genügend rein haben wir nicht haben wir nicht genug reingemacht von denen die man überhaupt nur kriegt warte mal das was blaues drin ja da ist das blaue was du meinst das kriegen wir dann ja ja da ist die kugel drin also ich würde vermuten wenn das jetzt nicht ein bug ist zufälligerweise das wäre das tatsächlich ich habe jetzt nicht darauf geachtet aber da war keine Zeit oder ja aber wir haben wahrscheinlich gibt es nicht mehr von den dingern und dadurch dass ich nichts gemacht habe oder machen konnte sind ein paar weggegangen die haben sind ja so explodiert wahrscheinlich fehlen dem jetzt noch drei stück oder so hätte ich das gewusst hätte ich dich oben geholt aber ich wusste jetzt nicht dass du dann kommst also dass du dann da oben raus kommst deswegen ich fand das ja schon so komisch dass du nicht zurückgekommen bist also kommst du ja immer zurück du bist aber nicht drin ab davor bist du ja dann ich saß gerade dann lass uns mal das ist aber doof gemacht jetzt ja ich bin jetzt am schmoll so schmoll jetzt spring spring nein ich hasse das ey du musst dich f- runterlassen runterlassen spring ich fand das sehr doof ja ich weiß halt nicht ob es ein Back ist oder ob das jetzt irgendwie es hat jetzt so einen Fadenbeigekmack gehabt man weiß es ja nicht ne vielleicht ist es ja wirklich irgendwie verbackt oder so ich hab gedacht du wolltest mich schlagen da wollte ich jetzt so vorkommen nein aber drei haben wir immerhin schon mal bekommen also da wäre jetzt das für die eine hätten wir auch noch gekriegt und hätte uns nur eine gefehlt ja aber das geht halt teilweise wirklich sehr schnell da musst du dann springen und weiß ich nicht was und dafür bin ich zu müde ja gebe ich ganz ehrlich zu es ist für mich zu spät heute also die andere seite ja ich kann mich wieder nicht bewegen wenn du y drücken kannst kannst du gar nicht drücken nein das kannst nur du weil du der host bist gab es das für sie schon mit der neue oder haben wir jetzt noch neue freigeschaltet eben hast du einen nein hast du zwei ja vielleicht zwei sitzen ich will mit meinem anker spiel ich habe irgendeinen genommen der so ein bisschen ich weiß gar nicht was das für ein kerl ist keine ahnung sponnen im all oh gott jetzt fliegen wir bestimmt so ja das fand ich so geil an der text 2 wo man da in der welt vermitteln war äh auha ich dachte ich muss hier einen steuerknüppel holen und das ist witzig nee das ist nicht ach du schieße ja kann ich nicht warum mach keine ui ach so ich dachte gerade es wäre schon leer äh schon ein ende warte mal warte mal da müssen wir hoch mach du das mal du musst nach ganz hinten durch und dann hoch springen nütze 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 komm mit komm mit ah ich kann nicht stehen bleiben Ich dachte jetzt, wir sind noch länger dran. Warte mal, gehen die weg? Ja, die gehen weg, das war klar. Warum springst du, wenn die weggehen? Warum bin ich kaputt gegangen jetzt? Jetzt warte erst mal, bis die noch mal weg waren und dann noch mal. Weil du immer kaputt gehst, wenn du in die Tiefe fällst. Danke. Vielen Dank. Ich warte. Du wusstest genau, dass wir dann springen müssen. In dem Moment schlägst du da was. Ja, super. Toll. Ach, ich weiß, wer ich bin. Der von Uncharted. Guck mal. Du bist dumm. Ja, der von Uncharted. Warum fliegst du? Was machst du da? Ja, wir gehen. Du hast gefickt. Stopp doch mal. Bei mir waren die Dinger nicht draußen. Bei mir waren die nicht draußen. Ihr habt doch gesagt, wir springen. Ne. Doch. Komischerweise bei mir sind die Dinger eingefahren, wenn du da drauf springst. Deshalb siehst du da drauf springen. Ja, du hast was anderes. Siehst du was schon jetzt? Achso, da müssen wir rein. Ja, warte. Da muss ich, glaube ich. Warte mal. Rein, äh, hoch, äh, Dingsen. Nein. Oh, äh, doch. Hat aber auch geklappt. Reicht das, wenn ich da reinspringe? Nee. Hol noch mal oben links den. Da musst du aber auch wieder reinspringen. Aber ich komme jetzt nicht mit. Wo muss ich reinspringen? Ja, über dir. Links. Oh, stimmt. Kriegst du das hin von der Höhe? Nein. Wieso kommst du nicht mit? Ja, weil ich nicht da rein kann. Der ist voll am Tanzen bei mir. Guck mal. Nee, ich komme da nicht hin. Du bist ja nur reingekommen, weil ich dich geworfen habe. Das ist jetzt scheiße gemacht. Warte, ich gehe mal hoch. Aber das bringt ja nichts. Warte mal. Hä? Achso. Nee, oder? Willst du mich veräppeln? Du wirst ja gar nicht zerquetscht. Also doch. Du musst doch da rüber gehen. Warte, wir müssen... Nein, 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 nein. Wir brauchen noch das letzte Teil. Aber die Musik ist jetzt gut. Ne? Cooler Rhythmus. Nein, nein. Ja, du bist auf mich drauf gesprungen, sonst wäre ich nicht so blöd jetzt gerollt. Bin ich gar nicht. Da können wir oben... Geh, versuch mal... Nee, da musst du runter gehen. Noch etwas geben, ne? Boah, jetzt ist mir schwindelig. Da oben ist noch einer. Ja, da versuche ich ja die ganze Zeit drauf zu kommen. Was war das Ding? Warte mal. Ne, da komme ich aber nicht rum, ne? Das ist nur ein Spiegel. Oh Gott. Achso, ich bin mit dir am Spielen. Warte. Warte. Hä? Hast du mich jetzt geschlagen, oder was? Nein. Ich bin genau in der Mitte gelandet und tot. Ich muss irgendwie da runter. Oh. Aber nicht so runter. Ich meinte nur in der Mitte. Ja, aber was war das da in der Mitte? Wie kam ich... Ich kann mich da nicht runter. Ich kann mich da nicht runter. Da. Oh. Nein. Oh. Oh. Fuck. Ich habe nur gesagt, spring da nochmal rein. Ich habe nicht gesagt, mach irgendwelche Experimente. Aber hier ist kein Ding mehr. Ich bin doch kaputt. Willst du mich verarschen? Das sind Wutsäckchen. Du wirst wüten, je mehr du dich damit beschäftigst. Ich gehe da rein, ne? Nein. Wo bist du? Ich gebe dich. Hier, Schweinebacke. Ja, ich komme mal. Sind das Türen hier? Ne, ne? Ach du Scheiße. Bei drei müssen wir zusammen. Eins. Zwei. Drei. Aua. Okay, wir müssen gar nicht zusammen. Lauf! Ich bin gerollt. Boah. Boah, immer noch nicht fertig. Ich will hier raus. Oh, nein. Kannst du doch stehen bleiben? Oh, warte. Wir müssen nach oben auch noch. Warte, oh, danke, ich kommst nicht einsahlen. Nein, nein, nein. Oh. Ich komme nicht mehr zurück. Mach das aber mal. Ja, deswegen brauchst du es jetzt nicht zurückzugehen. Guten Tag. Oh, machst du das immer so knapp? Oh, wie so ein Igel. Och. Das macht der das schon wieder. Ja, jetzt spring da rein. Ne, jetzt spring da endlich rein. Ich spring da endlich rein, aber du bist auch da. Hallo. Hallo. Du Uncharted, geh weg. Du bist du so ein Verrotzter. Wenn ich dich oben in der Luft berühre, beziehungsweise du mich, dann ist schon, dann dingelt das schon. Ja, du hast mich ständig sterben lassen. Klar hast du mehr Punkte als ich. Bitte, Lächeln. Hier, guck mal, mein Smiley von hinten. Oh, der weint. Guck mal, der weint. Der Smiley weint. Weil du so böse bist. Und wir haben ein Ding nicht wegen dir. Den Bonus-Level habe ich nämlich nicht gesehen. Ne, war das nicht hier drin, wo das verbuggt war? Nein, das war das davor. War das das davor? Ja, wo wir so schlecht waren. Nein, wir waren nicht... Achso, stimmt, wir hatten zwei Arme jetzt frei. Ja, ich kann mich immer noch nicht befinden jetzt. Oh, ich habe mal tausend Glocken. Da kann ich mir einen so einen tausender holen. Ich dachte, zwei reichen. Aber wenn du tausend brauchst, also... Um wechseln brauchen wir mehr. Hauptsache, du kriegst noch Luft. Die habe ich nicht alle immer angeschnallt. Wie die hast du nicht alle angeschnallt? Wir gehen... Oh, wir sammeln nochmal eben was ein. Da oben ist auch noch eins. Wir gehen jetzt hier rein. Und ich verabschiede mich dann schon mal. Weil das ist nämlich die Abschlussszene. Leider ist diese Folge dann ein bisschen kleiner geworden als die davor. Aber die müssten wir auf jeden Fall noch dranhängen, bevor wir losfahren. Weil das... Also los... Los... Schießen. Fliegen. Fliegen. So. Losfliegen. So. Und damit der EP nicht zu viel Blödsinn macht, gehen wir schon mal rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.